So, mein Lieben, willkommen zurück in Downtown. Mein Lieben, mein Lieben. So, mein Lieben. So, mein Lieben, mein Lieben. Du solltest du in der Asylum bleiben, wo ich dich pute. Was willst du, Harvey? Die Straßen der Gotham sind ein gefährliches Ort für jemanden wie du jetzt. Du solltest das herausfinden. Aber dann wird es zu lange Zeit. Sie sind nur gefährlich, weil du sie gefährlich gemacht hast. Arm-Guards auf jeder Straße Straße? Das ist verrückt, Harvey. Aber mir drohen, warum? Was? Die letzte Sache, die ich brauche, ist, dass du über Gotham trafst. Würdest du dir selbst hören? Du klingst verrückt. Nein. Ich bin nur ein Mann, der die Arschlummen wie du durch die Welt gehen und nehmen, was sie wollen. Ich kann nicht, dass du dich umgegangen bist, Scott Freak, Bruce. Das ist die Wille der Menschen. Du kannst mir deine Wille der Menschen, Habe, Harvey. Ich weiß, dass das persönlich ist. Du wusstest, dass ich mich interessiert war, Selina. Was hast du gemacht war, Bruce. Was hast du gemacht, Bruce? An jeder Straßenecke. Die suchen uns noch nicht etwa. Oh, habt ihr das Symbol an der Seite gesehen? Hm? Du sagst dazu nichts. Wir halten einfach die Klappe. Nein, dazu nicht. Sie sollten dich aufhör. Oh Gott, ich... Hufford, ich bin sorry. Ich bin... Du bist okay. Wir müssen einfach raus aus dieser Beste. Nöhe zu gehen, Dirtbag! Der nächste wird nicht ein Warnung. Okay, jetzt die Weise ich sehe, gibt es zwei Möglichkeiten, dass wir das tun können, Bruce Wayne. Ich kann diese Leute auf dich aufhör, und sehen, wie du an die Möbel anstattestierst. Oder du kannst du ein kleines Donation an mir und meine Mädchen Wir müssen uns helfen, um uns gut zu unterstützen. Und gut armiert? Was sagst du? Sie haben uns gebrochen. Ich kann nicht zurückkommen. Das wird verrückt, Herr. Was würdest du machen? Der Mayor wird darüber hören, und es wird ihn nicht glücklich machen. Hey, er ist der Problem, nicht uns! Zurück, zurück! Bruce, hey! Ihr Vater verletzt die innocenten Leute zu Arkham, und sicher, dass sie dort bleiben für die resten... Hier! Das ist alles, was ich habe. Okay? Sure, das wird funktionieren. Das ist nicht vorbei. Ja, sicher. Geh es auf die Stadt Halle. Ja, wenn das die Sicherheit gewährt, war das die einzige richtige Sache. Bevor wir die Barrikade rammen, irgendwie noch Schüsse fallen, jemand verletzt wird. Das muss doch auch nicht sein. Ja? So viel zur Korruption, ne? Unsere korrupte Familie, ja. Ja, wir brauchen das Gegenmittel. Ich bin klar, okay? Ich bin klar, sie muss auf die Computer reinhalten. Bist du schüttlich? Ich bin klar, okay? Und die Verknauung der Frau Akim divine Miindlichique können. Du hast den Weg, dass das jetzt... Wie es sich verletzt hat, Harvie? Er ist ein Kropppp. Harvie ist ausgericht. Gott macht er in ein Verz implicatet. Oswald hat meine Firma verloren, und wir müssen Vicky und die Kinder von Arkham finden, bevor sie wiederholfen können. Ich kann es einfach nicht ignorieren. Du bist nicht in der Lage zu arbeiten. Du musst absolut ein bisschen resten. Dann helfe mich. Ich fühle mich wie die ganze ganze Kaffee kommt. Natürlich, ich helfe. Wir beginnen mit dem Problem zu stellen. Du bist richtig, du bist richtig. Es ist nur ein Fokus, um meine Hände zu klären zu werden. Ja. Bring up everything we know about Vicky Vells Drugs. Ja, natürlich. Wenn ich die Presence des Drugs isolieren kann, sollte ich ein Antidote synthetisieren. Starte ein DNA-Scan. Riebe es mit meinem DNA auf dem Computer auf dem Computer. Ich mache die Präparation. Ja, schauen wir uns doch erstmal... Äh, Verbrecherkartei, damit wir da keine aktualisiert-Anzeige mehr haben. Ah, wen haben wir denn da? John Doe. Den werde ich mir tatsächlich mal... Den werden wir uns mal durchlesen, weil... Einer der interessantesten Charaktere. Mein Aufenthalt in Arkham war kurz, aber ein Patient im Spezialen hat einen bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen. Ich kenne seinen Namen nicht, aber ich werde nie sein Gesicht vergessen. Oder sein Lachen. Er ist wie eine Art gruseliger Zirkusclown. War mir eine unglaubliche Hilfe dabei, Vickys wahre Identität aufzudecken und ihre geheimes Drogenlabor ausfindig zu machen. Aber er hat etwas so Verstörendes an sich, dass ich mich nicht dazu überwinden konnte, ihm einen Gefallen zu versprechen. Zugegeben, es wäre eine leere Versprechung gewesen, aber allein der Gedanke daran, dass ich ihm irgendetwas schuldig sein könnte, ist alles andere als angenehm. Oh ja, oh ja, das kann ich mir bei ihm gut vorstellen. Privater Sicherheitsdienst, ja. Haben wir ja schon von gehört, aber ich werde mir... Wie heißt denn der, steht das hier? Ähm, ne, steht nichts dazu da, wie der heißt. Vane raus aus Arkham in weniger als 48 Stunden. Gefangene der Kinder von Arkham, sie ist der Chef. Ah, die Gute ist wieder im Dienst. Nach allem, was passiert ist. Na gut. Schauen wir uns das mal genauer an. Das ist seine DNA. Oh, wow. Echt, das ist ja weiter. Was ist das? Ich weiß nicht, was er noch das zu tun. Oh. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow! Oh, wow. Sample und decode die Genome-Struktur für jede und jede Person, um ihnen ein Antidote zu machen. Wir haben nicht die Zeit oder die Ressourcen dafür. Das ist deshalb, dass wir uns glücklich haben, dass wir sie schon auf dem Filet haben. Ah, okay. Ich sehe, was wir zu tun haben. Das dürfte das sein. Das dürfte einigermaßen stimmen. Okay, haben wir. Na, ab damit. Packen, vor allem. Ja, schön. Lecker, lecker, lecker. Ich hoffe, das macht den Weg. Es wird funktioniert, Alfred. Ich fühle mich besser. Also, was wir jetzt machen? Erstmal, ich muss wissen, was Vicky, Lady Arkham, hat mich geholfen, während ich weg bin. Suche für alle Kinder von Arkham-Aktivität. Die Presse ist bemerkbar, dass Vicky Vale ist. Ja, und natürlich, die Polizei hat noch einen Körper gefunden. Das Frau, die zu versuchen, auf dich zu holen, zu schützen? Sie hat dich verraten? Ich wünsche mir alles anders. Vielleicht könnte ich mich durch. Du hast immer dein Besten, Bruce. Sie hatte ihre eigene Gende von Anfang an. Sie war mir die ganze Zeit, sie hat mich gezwungen. Sie wollte mich in Argym. Sie wollte mich fühlen, was mein Vater hat getan zu all diese Leute. Bruce. Es waren größer plans als ich, Alfred. Batman hat sie auf der Sky Rail station und ich kann nicht glauben, dass sie nicht finden eine andere Weise zu benutzen. Wenn das stimmt, sie vielleicht eher gefährlich ist als immer. Ich weiß, ich weiß. Ich habe jemanden in Arkham gegeben, die mir ein Tipp auf wie sie finden. Ein Tipp? Sie denken, du kannst du jemanden in Arkham Asylum glauben? Offense intended toward your recent time there, of course. Er wusste, dass Vicky Vale war Lady Arkham. Noen noch hat die Information. Ich denke, das ist nicht etwas, was wir können ignorieren. Vertraue oder nicht. Er sagte mir, dass... wenn ich weiß, was sie planiert, dann sollte ich zu Hause her Eltern sein. Wenn die Vails noch in Gotham leben leben, sie sollten leicht genug sein zu finden. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja. Wenn du kämpfst, Frau Vail, bitte, bemerkbar. Wir doch immer. Wir doch immer. Aber die Vails, ne? Die Arkhams? Wer ist wer? Ja. Oh, er hat sich rasiert. Im Auto. Ich bin in der Vail-Haus. Ah, nicht gut. Das ist ne Leiche. Mit einem Schürhaken erstochen. Oder erschlagen. Ah, die Augen rausgestochen. Holla. Ihre Augen rausgestochen. Aber das ist egal. Ja. Halswunde und... die Spritze. Die gleiche Drogen. Das ist klar, dass Frau Arkham der Mörder ist. Ah, hier war noch was. Haare. Einiger Wucht... Neues Familienfoto. Neues Familienfoto. Vicky ist nicht in es. Es zeigt die Vail mit einem anderen Kind vor einem industriellen Offiz. Es gibt ein Logo auf dem Geburt. Hehehe. Und Oil Delivery. Okay. Ein riesiger Kühlschrank. Das ist ausgestattet. Das war nicht so. Das war nicht so. Das war nicht so. Wie war es auf dem Boden? Ah, ja. Die Haare. Was haben wir da schon mal geklärt? Was haben wir hier? Alter, Blutspritzer. wo die ganze Wand liegt. Ja, den kann ich leider nicht auswählen. Das Messer wurde nicht geworfen. Wir haben noch die Tür. Nee, ein Wandschrank. Ah, das Firmenlogo. Ein Gürtel. Er wurde mit dem Gürtel geschlagen und dann damit erhangen. Ah, vielleicht haben sie ja auch die Tochter misshandelt. Mit Gürtel. Wer weiß. Wir müssen erstmal herausfinden, was genau passiert ist. Das ist trotzdem solch eine Gewalttat. Das ist natürlich keine... ...keine Antwort auf irgendwas. Die Logos match. Mr. Vail owned an oil and heating company. Looking it up now. Yes, he's got a sizable warehouse in the industrial district. And a fleet of delivery trucks. And now Vicky's got it. What exactly happened in that house? I think I know. After we stopped her at the rail station, Vicky needed a place to hide her supply of drugs. Her father's trucks and warehouse offered the perfect cover. To do that, she needed them out of the way. With Vicky Vail fully assuming her new identity on Lady Arkham. Seems like she didn't need the veils around to support her old one. Vicky showed up to attack her adopted parents. But only the mother was there at first. Miss Vail fought back and was able to slice off part of Vicky's hair. Vicky then subdued her with the same drugs she used on me, but a much, much larger dose. Nearly lethal. She then removed the mother's eyes, indicating a deeply personal motivation. This was obviously some sort of vendetta. Sometime during this, Mr. Vail entered. Vicky attacked him with his own belt, striking with the buckle until he was unconscious and bleeding out. Finally, she dragged him to the closet and hung him with the belt. The blood loss got him way before the hanging dead. That's horrific! She never acted out in such a violent way before. Why would she... Alfred. I think someone's still in the house. Going to look for a heat signature. If anyone else is here, I'll find them. Oh, der Junge. Clear. Nothing here. Der Junge. Aber bevor wir die Wärmesignatur im Wohnzimmer scannen, machen wir hier Schluss. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst einen Like, da lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Eber. Untertitelung des ZDF, 2020